Sagt mal Kinder, was macht er eigentlich im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist? Schwimmen gehen! Ja, und die Tiere? Wenn die Tiere schwimmen gehen, kann man tolle Sachen sehen. Seht einmal, die Hasen liegen auf dem Rasen im Schwimmbad. Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad. Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen mit. Schwimmmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad. Schwimmmbad, Schwimmbad, alle gehen mit. Wenn die Tiere schwimmen gehen, kann man tolle Sachen sehen. Seht einmal die Hunde, schwimmen eine Runde im Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad, 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 alle gehen mit. Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad, 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 alle gehen mit. Wenn die Tiere schwimmen gehen, kann man tolle Sachen sehen. Seht einmal, der Regenwurm springt von dem Zehn-Meter-Zurm im Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen mit. Wenn die Tiere schwimmen gehen, kann man tolle Sachen sehen. Seht einmal, wie der bunte Hahn unter Wasser schnorcheln kann im Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen mit. Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen mit. Schwimmbad, 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 alle gehen mit. Schwimmbad, Schwimmbad, alle gehen ins Schwimmbad, 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 alle gehen mit. Alle gehen mit, alle gehen mit, alle gehen mit.